Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video. Jetzt geht es ja darum, mich verprügeln zu lassen. Ja, mal gucken, wie ich den Titel nenne. Vielleicht nenne ich ihn wirklich so. Und zwar habe ich ja hier nur den Bodyguard von Silvio übrig und Rod. Der Bodyguard von Silvio ist ja wirklich krass. Ich glaube, den... Dafür würde ich, glaube ich, Schriftrollen nehmen. Es wurde mir schließlich nicht verboten. Dann... Da wurde keine Regel gesagt. Und ich habe ja hier noch einen Feuerball. Feuersturm ist vielleicht unintelligent, dann verletze ich die anderen auch noch. Aber ich hätte hier einen so einen Feuerball, was ich noch benutzen könnte. Sonst muss ich mir gleich noch Schriftrollen kaufen gehen. Dann ist das so. Ja, würde ich sagen. Kann man ausprobieren. Schauen wir. Ansonsten habe ich ja hier doch schon ein bisschen was geschafft. So ein Rod ist nämlich der andere, der mich nicht leiden kann. Deshalb, ich würde jetzt ihn noch mal... ihn zuerst machen. Und dann den anderen Typen. Weil bei dem anderen Typen weiß ich schon, dass es brutal wird. Und bei dem weiß ich es noch nicht. Mal gucken. Äh. Wie sieht's aus? Das geht dich nichts an, Schwächling. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Das habe ich mir schon mal angehört. Ich erinnere mich. Aber ich habe doch... Wieso sagt er eigentlich das Gleiche noch mal, obwohl ich jetzt relativ stark geworden bin? Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Boah, ich war wirklich voll trainiert und trotzdem beleidigt er mich voll. Ich bin stark genug. Unsinn. Du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Für sowas keine Zeit. Ey. Ey, wer kann denn dann kein Schwert hochhalten? Ich habe trainiert. Ich lache mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Oh Gott. Dann starte ich einfach nochmal das Game neu, oder? Ist ja gespeichert. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So. Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Äh, ja. Ja. Klar. Wo Erfahrung? Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Etwa so? Da hast du mich wohl drangekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel Kraft hast. Was ist jetzt passiert? Bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer hier. Hä? Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Man darf halt nicht alles glauben, was du hättest. Nö. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl. Äh. Okay. Aber ich habe da so eine doofe Waffe jetzt in der Hand. und eigentlich wollte ich ganz gerne eine andere Waffe in der Hand haben. Ich laufe noch ein Stückchen weiter und nehme eine andere Waffe in die Hand. Wieso rennt der mir jetzt hinterher? Er hätte mir das doch gegeben. Was will er denn? Älter. Das bleibt da stehen. Jetzt habe ich vielleicht Zeit, die Waffe zu wechseln. Wieso hat sich das denn eigentlich jetzt gewechselt? Das verstehe ich nicht. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe das gerade irgendwie nicht so richtig verstanden. Er hat mich ja richtig krass beleidigt und ich konnte jetzt seine Waffe nehmen. Also scheinbar hat er ja gerade versagt. Ich gucke erst mal, was passiert. Jetzt habe ich ihm wenigstens mein Schwertel in der Hand. Das ist ein legaler Kampf, oder? Er hat ja angefangen auch. Ich habe Angst, dass ich den anderen da gleich treffe. Bester oder so, der muss weg. Ich sehe schon, das geht gleich schief. Okay. Gut. Ich muss mal speichern. Äh, ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn er wieder aufsteht. Na komm, Rott. Aber wieso gibt er mir denn was? Und dann... Er hat mich doch zuerst geärgert. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hast du davon, mir erst mal ein Schwert zurückzugeben, hm? Okay, damit ich die Aufgabe erledigen kann, muss ich ihm sein Schwert zurückgeben. Ich meine nun, das war bestimmt richtig gut, oder? Ich habe es mir gar nicht angeschaut. Ich gucke es mir erst mal an. Was, was war das denn jetzt für ein Schwert? Otz, Zweihänder. 40 und 30. Der kann doch gar nichts. Hä? Und wieso nennt er mich Schwächling, wenn ich... Warte mal. ...gar nicht so schwach war? Ah, das Schwert war jetzt nicht so krass. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Jetzt geht's jetzt. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen. Seit wann sind wir beide Freunde geworden, mein Lieber? Seit wann? Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Okay, ich wollte noch gucken, ob er mal was anderes jetzt sagt. Okay. Okay, aber ich habe Erfahrungsmonte bekommen dafür, dass ich ihm das Schwert wiedergegeben habe. Sonst hätte ich es verkauft. Gut. Dann, dann habe ich doch... Dann bleibt doch theoretisch dazu noch der eine übrig. Der... Mathe? Irgendwas mit B. Irgendwas mit B, Leute. Der Bodyguard da von Silvio. Bin ich mal gespannt. Bulko. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern. Dann und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden. Was? Was ist das denn für eine Reaktion? Hm. Aber... Egal. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber reden. Weg mit der Waffe! Hörst du schlecht? Ich sag dir, weg mit der Waffe! Er hat doch angefangen, der andere. Der hier. Sag ich ja, ich war gar nicht ready. Alter. Eieiei. Okay. Meine Sachen, Dickie. Vergiss es. Ich war grad voll nicht drauf vorbereitet. Ich war echt nicht drauf vorbereitet. Ich bin auch irritiert, weil der darf so schwer ziehen und ich nicht, ja? Was ist das? Was ist das denn für eine Verarsche? Mir ist zu. Und so. Ich war... Wir beide müssen das machen. Was will... Ich denke... Sie zu. So. Nö. Ich werde... Er hat mich jetzt schon angedenkt. Er hat mich jetzt schon angedenkt. Es ist ungerecht. Es ist richtig, richtig ungerecht. Sowas mag ich nicht. So, jetzt reicht's mir. Ich zieh da drinnen jetzt auch meine Waffe. Wenn der das darf, dann darf ich das auch. Ja? Gleiche Regeln für alle. Nur weil er so ein voll... Arsch ist, heißt es nicht, dass er für ihn jetzt eine Ausnahme gemacht wird. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Äh, äh. Äh, 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 äh. Noch immer? Nee. Ich werde nicht... Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Weg mit der Waffe. Die hauen sich den Schein. Sag ihn fertig! Ich sehe schon, wie mich gleich ein Bauer von hinten angreift. Scheiße, ey. Ich brauche mehr Platz. Schließe das Tatweh. Schließe das Tatweh. Also, ich brauche echt mehr Platz. Ich brauche mehr Platz. Das funktioniert einfach so nicht. Das ist doch doof. Ich kann auch nicht so schnell rausrennen. Naja, okay, gut. Dann gehe ich jetzt shoppen. Und, äh, ich gehe shoppen. Und dann komme ich nochmal wieder. So sieht's aus. Hm. Da besorge ich mir jetzt ein paar richtig starke Zauber. Weil sowas wie Feuerregen oder so kann ich jetzt, glaube ich, eher nicht anwenden. Ich glaube, das geht in die Hose, weil ich ja dann die anderen auch noch verletze. Jetzt muss ich aber bis... Bis zur Stadt. Bis zur Stadt, glaube ich. Na, okay. Dann natsche ich jetzt bis zur Stadt. Gehe shoppen. Und, äh... Schauen wir mal, ob Elvich... Elvrich... Da ist. Ja. Würde ich halt machen. Die sind immer kurz eingefroren hier. Aber letztens auch schon so. Naja. Wurde Siegern zurück. Da sind noch übrigens die Schweinchen, sehe ich gerade. Auf die habe ich aber keine Lust. Kommen nämlich gleichzeitig. Hm. Naja. Also jetzt würde ich ja so einen Trank zum schneller Laufen nehmen. Oder... Nee, ich glaube... Nee, in der Taverne kann ich so ein Shit nicht kaufen. Das geht nicht. Naja. Ey, knöterig. Kann man nicht stehen lassen. Ja, dann... Dann gehe ich jetzt kurz shoppen. Wann ist das so? Den kann man ja wohl auch erledigen. Ob man das jetzt so machen soll, weiß ich nicht. Aber... Regeln waren. Es gab keine Regeln. Es gab nur... Sag vor Bescheid. Als Regel. Oder? Ja. Deshalb kann ich ja jetzt auch mir einen Zauberspruch holen, der vielleicht ihn direkt vernichtet. Und habe ich das nämlich erledigt. Naja. Was soll ich denn sonst mein Geld ausgeben? Also das Inventar füllt sich ja, glaube ich, jetzt nicht auf. So wie die anderen Sachen hier auch nicht wieder... Ähm... Auftauchen. Aber... Dafür kann man doch mal was Geld ausgeben. Ich... Ich spare mir die Schriftrollen ja schon sehr auf. Spruchrollen. Schriftrollen. Spruchrollen. Ich glaube Spruchrollen. Ich sage trotzdem manchmal, äh... Sprichrollen dazu. Ne. Schriftrollen. Eieiei. Jetzt ist mein Hirn richtig durch. Sprichspruch... Schriftrollen. Eiei. Der war ja auch komisch, der Jutta. So Kieselstein? Ne. Was sagt da doch immer der unsichtbare Kieselstein? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Habe ich eigentlich... Mein Mann sieht das anders. Ne. Hm. So, hier der... Der Duty. Der typisch. Der erzähle ich gar nichts mehr. Zeig mir deine Ware. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Was hat der Feuerpfeile? Ne. Jetzt Eis. Okay. Ich gehe mal hier. Feuerpfeile. Feuerregen. Kleiner Feuersturm. Hm. Und Tote vernichten. Sowas habe ich, glaube ich, sogar. Eispfeile. Auch gut. Eisblock. Benötigtes Mana 60. Er sollte lieber den Mund halten. Was? Aber kann ich ja nicht benutzen. Ich habe ja nicht 60. Oh, die sind ja krass. Dafür braucht man ja richtig viel. Feuerball wären 75. Schaden. Ich glaube, das ist das meiste, was ich gerade machen könnte. Dass jemand beschwören. Was ist das denn? Monsterschrumpfen. Blitzschlag. Magishan. 150. Wie war... Wie viel war... Hier. Feuerball. 75. Und Eis. Genial, dann würde ich das mal ausprobieren. Wer sagt denn sowas? Ich nehme einfach mal alle. Blitz. Oh, hier ging es noch weiter. Die Sachen kann ich halt nicht benutzen. Mana kosten. Umwetter. Benötigtes Mana 250. Wer kann das denn? Hat der mehr als vorher? Ja, sieht für mich so aus. Die göttliche Kraft der Gestirne. Hä? Ist das ein Buch? Hm. Das habe ich schon immer gesagt. Na dann. Den Rest kann ich ja nicht benutzen. Also Dämon beschwören. Könnte ich noch ausprobieren. Nehmt einfach mal mit. Man kann ja... Ach, ich habe gar kein Geld mehr. Okay, dann nicht. Gut. Dann habe ich jetzt ein paar Sachen. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay. Zurück. Ich rüste mir das gleich mal auf. Also habe ich keine Tränke geholt. Egal. Ich will dann nur ein Schluck Wasser trinken. So. Jetzt bin ich wieder voll. Mana Bonus hier. Dann kann ich vielleicht mehrere Schrift rollen. Auf einmal. Mal. So. Vergessen brauche ich nicht. Ihr Blitzschlag. Dann kann ich die vielleicht hintereinander ausführen. Bin gespannt. So. Zurück. Dann probieren wir das doch gleich nochmal. Da war der Kieselstein. Ah. Ich wollte auch noch Elvich noch gucken. Gucken wir erstmal schnell nach Elvich. Voll vergessen. Da ist wieder der Kieselstein. Sehr gut. Ich habe da schon vermisst. Ich brauche den Kieselstein. Hm. Naja. Wollen wir mal. Er meinte, er geht zu seinem Meister zurück. Das heißt, er müsste bei dem Schreiner da sein. Äh. Tom. Oder? Tom. Ja. Hier, Elvich. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay, da gab's jetzt nichts. Und wenn ich jetzt mit seinem... Das war ja auch sein Onkel. Weder. Weder. Elvich wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Ich dachte, er ist pleite. Okay, aber dann... Okay, aber ich will nicht noch Geld bekommen. Na dann, jetzt aber zurück. Klar. Spazier doch gern rum. Kein Problem. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit den Spruchrollen. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben der Dude hat. Der Bodyguard da. Vulko. Hm. Ah ja. Gemütliche Reise zu... Onashof. Wie immer. So, Leute. Ich bin wieder bei Onashof angekommen. Ich würde dann auch hier gleich erstmal speichern und gucken, ob ich es diesmal hinbekomme. So, den Dude, äh, anzuditschen. Sagen wir es mal so. Es gibt gleich zwei Speicherständer. Ich will, falls einer abkackt, nicht gleich wieder zurückrennen müssen. Okay. Dann... Probieren wir nochmal mit denen zu reden. Mir ist zu Ohren und soweit ich... So. Warum geht der nicht automatisch los? Hey, wir beide müssen das mal... Ich denke, sie tut... Okay, so. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann... Kann ich einfach raussteppen vielleicht, so? Seitwärts. Perfekt. Und jetzt einfach nach hinten, weil ich keinen Plan habe. Was ich hier tue, das hat nicht geklemmt. Hm... Nochmal. Aber das Seitwärts raussteppen kann ich ja schon mal machen, um von ihm wegzukommen. Sollte ich direkt nach dem Ding. Also ich muss ja mal speichern direkt nach dem Ding. Sieht aus wie eine längere Mission. Hier würde ich gerne, aber ich nehme es ja nicht aus der Hand raus. Aber wieso hatte ich denn gerade den Feuerball? Ach so, weil es die vier ist. Und jetzt stelle ich mich hier hin. So, von da kann ich ihn auch ansprechen und speichere ich hier nochmal. Und jetzt spreche ich ihn an. Geht nicht. Ist das gemein? Ist das gemein? Ist von hier? Ich nicht. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ich musste mich erstmal drehen. So, jetzt rennen wir ein Stück. Gucken, dass er mir weiter hinterher rennt. Jetzt drehe ich mich um. Hallo, warum? Ja. Okay. Gut. 400 Punkte hat er gebracht. Also man musste das, glaube ich, wirklich mit Magie machen. Ich speichere erstmal. Ich speichere erstmal. Aber es war gerade ein bisschen glücklich, weil ich mit den Tasten durcheinander gekommen bin. Wie Stress auf einmal. Komm, steh auf. Hab keine Zeit, Diggi. Ich hab ihm ja auch seine Axt aus der Hand genommen. Hallo. Ist der Tod? Nichts zu plündern. Psst. Oder hat er mir nicht gesagt, es gibt Ärger? Also ich rule gleich nochmal. Mal gucken, was passiert. Hat das jemand gesehen? Ich hätte das nicht gemacht. Das ist doch alles nur geredet. Ich erzähl mir nichts. Ich kenne sowas. Das liegt doch auf der Hand. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ist das jetzt Ärger? Ich habe mir das schon gedacht. Jemand zu ihm, der eigentlich die Quest hatte? Ich habe gedacht, es gibt Ärger, wenn man jemand richtig umlegt. Also ich weiß nicht. Ähm, weil sonst hat das ja irgendwie irgendwelche Probleme. Ich stimme jetzt mal kurz zu Toto Rolf. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufräumt. Wie ist mein Ruf bei den Soldaten? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Roth hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Basta meinte, du wärst okay. Der Rest der Sölden hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Geh zu Lee. Er wird dir alles weiter erzählen. Hätte ich jetzt noch mit Raul reden müssen eigentlich? Also, vielleicht hat das jetzt keine Auswirkungen, dass der eine tot ist, weil ich, ähm... Achso, weil es jemand gesehen hat. Auf jeden Fall wurde jetzt nichts gesagt. Ich hab meine Duelle fair gewonnen, haben sie gesagt. Was willst du schon wieder? Ich hab mir das schon gedacht. Glaubst du wirklich daran? Ach, warte. Was willst du schon wieder? Einmal hier. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Und da hat er verdammt recht. Habe ich dem einen gezeigt? Ulko. Ich will mich jetzt nicht nochmal prügeln. So viele Zauberdinge hab ich ja gar nicht. Also hab ich nicht. Ich hab schon jemand aus, was ihn getötet. Jo. So musst du's. Aber... Niemand war's gesagt. Also ich könnte mich denen jetzt anschließen. Was sagt denn mein Tagebuch? Respekt, der Söldner. So. Die Duellregeln. Ein Duell muss durch eine Herausforderung begonnen werden. Dann wird sich auch kein anderer einmischen. Beim Duell darf nicht getötet werden. Was soll ich jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, wa? Das war doch klar. My problem. Legt euch nicht mit mir an. Legt euch nicht mit mir an. So, jetzt kann ich mich hier anschließen. Ich glaub, das mach ich auch. Doch, ich glaub, das mach ich. Ich kann ja vorher jetzt nochmal speichern, falls das eine Scheißidee ist. Aber ja. Ich denke, es ist okay. Ist es okay, wenn ich das mache? Sollte okay sein. Ich prob jetzt aus. Ich mach einen extra Speicherstand und dann mal gucken. Ich bin bereit. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Mhm. Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Die meisten sind für mich. Gut. Dann geh jetzt zu Ona. Ich habe schon mit ihm geredet. Über deinen Sollt musst du selbst verhalten. Naja, so viel wie geht. Weil sonst wird man durch Blitzpfeile getötet. Ganz einfach. Ich nehme immer aus Versehen manchmal hier. Ich muss auch wieder hier. Ich ziehe sonst immer die Magie und das ist doch etwas. Töte ich nachher wieder aus Versehen jemanden. So, Ona. Ich bin richtig viel Asche. Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Er hat schon mit mir geredet. Er ist derjenige, der für dich die Verantwortung trägt. Also meinetwegen. Aber mach keine Dummheiten hier. Lass die Bauern und die Mägde in Ruhe. Und vor allem klau hier nichts. Klar? Alles weitere kannst du mit Lee abklären. Wir müssen uns nun noch über deinen Sollt unterhalten. Ja, deshalb stehe ich doch hier. Wie sieht's mit meinem Sollt aus? Nun ja. Lass mich nachdenken. 50 Goldstücke. Was sagst du? Pro Tag? Was dachtest du denn? Pro Woche? Der Schlauste bist du wirklich nicht. Na, wer weiß. Sieh zu, dass du deinen Hintern hier hinbewegst, um dir dein Geld abzuholen. Ich werd's dir nicht hinterher tragen. Das ist etwas wenig. Du kannst natürlich auch umsonst für mich arbeiten. Mehr bekommst du jedenfalls nicht. Naja, man kann's ja probieren. Bin ich jetzt eingestellt? Ich glaub, keine Option mehr. Vielleicht sagt er auch, wer probiert zu verhandeln, äh, bekommt gar keinen Lohn. Guck, steht es da? Bin ja mal gespannt. Ob ich jetzt gratis bekomme? Also, gratis für ihn arbeite oder 50 Goldstücke? Bekomme. Bin bereit. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Warst du bei Ona? Er ist einverstanden. Willkommen an Bord, Junge. Hier, nimm dir erstmal ne vernünftige Rüstung. Freut mich, dass du dabei bist. Ich habe auch schon die erste Aufgabe für dich. Es hat mit den Paladinen zu tun. Es wird Zeit, dass du zu ihnen gehst. Du wolltest ja ohnehin dorthin. Mh, schon seit einigen Folgen wollte ich schon dahin. Dann frag ich doch jetzt mal. Und wie komme ich jetzt zu den Paladinen? Ganz einfach. Du wirst unser Friedensangebot zu ihnen bringen. Ich kenne Lord Hagen, den Kommandanten der Paladine, noch von meiner Zeit in der Armee des Königs. Ich weiß, wie er denkt. Er hat zu wenig Männer. Er wird auf das Angebot eingehen. Zumindest wird er dich anhören. Ich habe einen Brief verfasst. Hier. Damit wird man dich auf jeden Fall beim Anführer der Paladine vorlassen. Ja, und wenn ich einen Attentat vorhabe, der hat dann eigentlich nicht. Dann eigentlich nicht. So, was habe ich denn jetzt hier für eine abgespacede, komische... Ach, der sieht schon ein bisschen komisch aus, Rüstung. So, 30. 30. Sie ist besser, so ist es jetzt nicht, aber... Ah, ist besser. Jetzt könnte ich mir ja noch so einen guten Gürtel holen, nicht wahr? Theoretisch. Na gut, dann darf ich jetzt nochmal in die Stadt laufen, um hier... Endlich mal das eigentliche Ding zu machen. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.